Hallo meine Lieben, da bin ich wieder und zwar möchte ich euch mal einen etwas anderen Haul zeigen. Ich habe nämlich geshoppt für mein zweites Hobby durch die liebe Frau Hölle, die hat mich da angesteckt. Ihren Kanal verlinke ich unten in der Infobox. Ja, und sie hat mir einen Shop empfohlen, den ich jetzt beruhigend weiterempfehlen kann. Und zwar ist das Paper Screen aus Hamburg, die Jungs recyceln Papier. Und es ist wirklich mega glatt, das muss so sein für die Brushpans, für die Handleiter, die wissen das. Damit die guten Tombos nicht kaputt gehen und es ihnen nicht wehtut, wie die Frau Hölle immer so schön sagt. Und ja, also wahnsinnig, jetzt weiß ich auch wie das gemeint ist von wegen glatt. Also man kann es richtig streicheln und irre. Ich habe es auch schon ausprobiert. Und, also das schreibt sich wirklich super drauf. Mein Handy will mich gerade ein bisschen wieder ärgern. Ah! Ja, das sind jedenfalls die Karten, den 17x17. Und dann habe ich mir auch noch den schwarzen Block geholt. Und da steht es auch nochmal, die sind 130 Gramm. Ich glaube, die Karten hatte ich 210 Gramm gewählt. Gibt es auch, glaube ich, 120 Gramm. Und das sind 100 Stück. Genau. Ja, dann habe ich mir, jetzt muss ich das mal gucken, statt irgendwo, da ist es. Genau. Dann habe ich mir auch Tombos geholt. Ich habe mittlerweile sehr viele Tombos. Ach, hier ist übrigens die Letter Challenge, die die Liebe Frau Hölle veranstaltet. Und zwar sind da immer Wörter oder Sätze vorgegeben zum Üben. Ganz praktisch. Ich habe mir die einlaminiert. So, ja, dann habe ich mir drei neue Tombofarben geholt. Einmal die Nummer 192. Das ist Asparagus. Asparagus, glaube ich, heißt Asparagus. Ich frage mich immer, wie die auf diese Namen kommen. Also ich bin noch nicht so der Profi im Handlettern. Das ist nur für euch, damit ihr die Farbe seht. Und hinten, wer es nicht kennt, hinten ist ein ganz normaler. Also das ist die Farbe 192. Aspar... Dingster, Boomster. Die Asparagus. So, dann habe ich die 312. Das ist ein bisschen einfacher. Das ist Holy Green. Ich habe mal ein paar gedecktere Farben ausgesucht. So, ich mache mir jetzt keine Mühe da. So. Die 312. Und dann habe ich noch die 373. Das ist Sieblu. Und dann habe ich noch die 312. Eine Feder gekauft. Und den Halter dazu. Weil ich das unbedingt probieren möchte. Und ein Obliekfederhalter. Ich muss jetzt überlegen. Ich bin fast nicht darauf gekommen. Und zwar ist es, um Kalligrafie zu schreiben. Oder ganz normal zu schreiben. Eigentlich ist es egal. Also man kann normal damit auch schreiben. Wie früher eben. Die meisten in der Schule. Oder eben Kalligrafien. Dann habe ich mir von Feintech 3 Farben geholt. Die wollte ich unbedingt ausprobieren. Das sind diese 3. Mamungold. Ich weiß nicht, ob ich es richtig sehen kann. Sterling, Silber und Arabigold. Und damit wir mal sehen können, wie das richtig aussieht, habe ich das nämlich probiert. Auf ein Stück Schwarz. Mit der Feder. Ja, und so sieht es aus. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Glanz richtig sehen könnt. Ich habe es auch nochmal hier. Das war so der erste Versuch. Hier ist übrigens der Glitzerstift. Der Wink of Stella. Aber hier seht ihr es. Seht ihr das? Boah. Wie die Spiegel und Glänzen. Das ist irre. Also das ist Wahnsinn. Ich habe noch nie Wasserfarben gesehen. Also zumindest Gold oder Silber. Habe ich ja auch schon mal probiert. Die so extrem glänzen. Und mit denen kann man wirklich auch wunderbar kalligrafisch mit der Feder schreiben. Man muss halt mit dem Anrühren und dann mit dem Pinsel. Nackige Schaf, wenn ich so recht. Ah. Ah, doch man sieht es. Also hier oben ist Arabikgold, Moongold und Sterling Silver. Ja. Das war es von meinem Mini-Shopping. Ähm, vom Handblätterring. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht schaut ihr mal bei der Leben vor Hölle rein. Und vielleicht werdet ihr ebenso angesteckt wie ich. Dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Vielen Dank.